Moin Leute, ich spiele wieder eine Runde. Wir bauen weiter unsere Aluminiumproduktion, aber ich habe mir mal so ein bisschen in Vorbereitung hier unsere Stromgeneratoren angeguckt. Stromproduktion besser gesagt. Und ich muss sagen, irgendwas läuft mit den Atomkraftwerken noch nicht so rund, weil eigentlich sollten wir irgendwas mit 30.000 haben und wie ihr seht, es variiert sehr, sehr stark. Wir gehen zwar nicht an unsere 15.000 anscheinend, die scheint halt konstant zu sein. Das heißt, in den Notstrom sollten wir auf jeden Fall nicht reinrutschen, wenn alles anspringt, aber ihr seht schon hier, da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, was da los ist. Aber erstmal, noch hier unten, erstmal fliegen wir hier hoch und machen die Kühlkörperproduktion weiter, weil es kann sein, dass es vielleicht an denen mangelt, aber ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Es kann natürlich auch sein, dass die Züge allgemein zu langsam sind mit dem Transport. Können wir nachher nochmal gegenchecken. Aber erstmal wollten wir jetzt hier unsere 12 Fabrikatoren draufsetzen. Das heißt, wir können hier theoretisch auf jeder Seite noch einen weiter weglassen. Aussehen, hier die Mitte. Die Mittelplattform ist das hier. Jetzt setzen wir uns mal eben einmal hier so einen hin, damit wir wissen, wo die Mitte ist. Dann gucken wir mal unten, hat nur einen freigelassen, dann müssten wir theoretisch, wenn wir hier zwei freilassen. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. Okay. Kommt natürlich nicht ganz sauber hin, aber fast schon. Und eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, es kann zwar sein, dass wir dann wieder einen minimalen Überschuss irgendwie vielleicht wegschreddern müssen. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir immer wieder Förderbänder bauen, und dass wir da wahrscheinlich auch den ganzen Kram wegkriegen. Jetzt ist halt nur die Frage, wir kommen ja eigentlich von da hinten, und mit dem Kram kommen wir eigentlich von hier. Aber das können wir auch hier reinführen und hier rumführen, ne? Ja, würde ich sagen. Machen wir auch beides von hier. Dann haben wir da vorne, können wir irgendwie noch eine Terrasse oder, keine Ahnung, was ein bisschen strukturell ein bisschen schöner bauen, ne? Hier würde ich mit dem neuen Fliegen am besten nicht bewegen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen geht mir die Strahlung auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. Es hält sich zwar im Rahmen, aber desto höher wir uns bauen, desto mehr werden wir von diesen blöden Jodfiltern verbrauchen. Und ich finde die halt nervig zu bauen. Ich will die nicht maschinell herstellen. Das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. und ich will die nicht mehrmals fühlen. aber hier ist der foto die können wir jetzt überall mit dem hoverding fliegen macht das bauen schon ein bisschen angenehmer müssen halt nur nachher mal schauen in anführungszeichen mit dem überschuss machen aber wir müssen ja auch hier diese aluminium kästen oder wie die sich schimpfen ja auch noch bauen dann kommen wir auch nicht drumrum die werden ja aber direkt aus dem barren gebaut das heißt also ich denke mal das werden wir dann wahrscheinlich irgendwo hier drüber ansiedeln ich denke mal kurz oder lang wird da noch eine zweite reihe neben kommen wahrscheinlich nicht drumrum so das heißt stromtechnisch machen wir dann auch hier den anfang wieder naja wir sind langsam schwieriger zu erkennen habe ich das gefühl ne oder ich werde alt und blind so und ich glaube wir müssen uns so langsam über beleuchtung gedanken machen und jetzt wo wir mal den strom haben weil ich war hier vorhin habe ich ja noch unten die etage dicht gemacht wird schon ganz schön duster weil mit dem licht habe ich auch noch nicht groß gearbeitet mal schauen ob wir da noch ein paar schöne aktente setzen können hier nehmen wir jetzt erstmal die kühlkörper ach so genau ich hatte unten hatte ich noch was gemacht voll vergessen wir hatten nämlich noch eine festplatte in der m&m die habe ich nämlich hier oben hingesetzt so und ich glaube das rezept hier ist für die ecke noch ganz interessant weil wir haben schwefel haben wir in der nähe und die kohle haben wir auch hier in der nähe das heißt also wobei die kohle ist standard ne ich führe wir sowieso schon rein oder ich weiß nicht ich finde es doof dass man manchmal das standardrezept hier nicht sehen kann aber wohl doch da ich bin ja klar damit würden wir uns den ersten prozess sparen und damit würden wir uns den ersten prozess komplett sparen und weiß noch nicht ob ich so ein fan davon bin und das ist natürlich auch strong weil wir halt nicht auf kupfer angewiesen sind ne glaube ich würde aber trotzdem erstmal das hier nehmen obwohl das auch mir sehr strong erscheint wir bauen das hier eh ne ich glaube ich nehme das hier ne weil damit haben wir nämlich die möglichkeit zwar nur draht aber halt aus dem draht halt hinterher auch ne kabel zu machen und das aus eisendraht ne also eisen glaube ich glaube bleibt mich in den kommentaren wenn es eine fehlentscheidung aber ich glaube das war ganz gut so und das heißt jetzt müssen wir dann halt nur irgendwie gucken wie wir hier schick reinkommen ne und das heißt rein theoretisch bum 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 muss der hier irgendwie schick von unten kommen und die frage ist ob wir den auch von unten kommen lassen aber theoretisch können wir einfach 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 hier rein ne ähm müssen wir zwar wieder ein bisschen tricksen nein 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 mit dem südmodus wollte ich haben noch kommen was soll das denn noch immer er den jetzigen gebaut hat an die decke an die decke hat er den gebaut wir machen ja auch ne tür rein hab zwar rundherum schon ein paar türen gesetzt aber ich glaube dass hier langfristig gesehene tür ganz praktisch ist so das heißt wir müssten ja dann nur gucken wo wir mit dem anderen runter kommen hoch kommen wie auch immer da wird ja auf jeden fall dahinter das heißt dann würde ich hier mit in die richtung gehen und dann dahin so langsam flockert mir hier ein bisschen zu viel und das ist mir alles ein bisschen zu dunkel was haben wir denn hier wir haben da hier irgendwo die taschenlampe ne da ah das sollte da passen oder jetzt ist halt nur die frage wie dicht gehen wir hier ran mal direkt so war ja diese decken förderbänder sind schon geil ne und vor allem dass wir jetzt hier auch noch so schön da durchkommen schicke sache die gefallen mir echt gut ich glaube dass wir da mit dem anderen ding irgendwo durch den boden kommen werden na ein ne zack jetzt ist nur die frage wohin wir die verbinden weil ich würde jetzt im normalfall den hier einfach drauf setzen ich denke mal wir haben hier genug möglichkeiten das irgendwie wegzuziehen könnten natürlich auch gucken macht nicht viel sinn glaube ich ja ich glaube ja also ich Und dann erst mal so, ne? Jetzt ist es noch nur gucken. Ich glaube, das sollten wir uns erst oben setzen, damit wir wissen, wo wir hin müssen, ne? Und im Endeffekt könnten wir jetzt irgendwo schön hier hochkommen, würde ich sagen. Hier sollten wir unter der Decke noch lang kommen, oder? Ja, ne? Das hier wäre ein bisschen eng, glaube ich. Wo ich weiß von der Höhe passen würde. Wie passt das denn oben? Wie passt das direkt dahinter, ne? So. Türen kann man nie genug haben, glaube ich, ne? Das heißt aber, hier kämen wir jetzt natürlich, glaube ich... Ups. Soll ich hier noch setzen. Wir gehen jetzt aber bescheiden durch die Lampe, ne? Das will ich eigentlich nicht. Und das will ich eigentlich nicht, ähm... Also entweder gehen wir noch hier nebenher, oder dann gehen wir hier durch die Lampe, glaube ich. Mal probieren's mal. Ne, das ist zu weit geschwungen. Ne, muss ein, weiter, vor. Also das ist das Einzige, was mich so ein bisschen mittlerweile stört, dass wenn man so viel gebaut hat, dass so viel durch die Decken durchknallt, ne? Der muss sogar noch einen weiter vorne. Gibt's da nicht. Und so. Und so kommt er noch relativ gut noch durch, würde ich behaupten. Das heißt, den würden wir jetzt hier... Direkt daneben setzen, dann sind wir hier noch knapp an der Lampe vorbei. Das kann ich mir gefallen lassen. Und dann brauchen wir... Ah, dot, 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 dot... Den hier dann direkt hier neben. ist okay jetzt müssen wir hier eine tür machen die da drüben auf der seite ist dann sieht er vielleicht nicht so gequetscht aus dann sieht das nicht ganz so gequetscht aus zack zack so dann haben wir das so haben die alle keinen strom ich den nicht verbunden habe ich vollhorst so jetzt aber alle grün alle haben sie was und alle produzieren sie was aber wie gesagt hier ist halt die frage ob wir es von hier aus reinführen oder ob wir es von hier aus reinführen und im endeffekt wir müssen ja hier hoch aber wir brauchen die sachen ja noch woanders führen gut kann man natürlich wieder rumführen ach ja wer die wahre hat die qual wenn wir auch genug platz hätten wenn wir das hier einrücken wobei genug platz ist auch ein bisschen übertrieben hätten wir halt hier so eine kante drin dann haben wir den 1 2 3 wir könnten das auch hier vorsetzen hintenrum zusammenführen und hier wieder raus ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube das könnte meiner fantasie ganz gut aussehen was haben wir denn hier nicht aber wieder verkehrtraum machen eingang dann muss der ausgang nach vorne so nein noch 1 2 seite dann muss das nämlich so müssen wir das noch da vorne hin zusammenführen hier auf der seite können wir halt eigentlich was enger machen aber hier wahrscheinlich auch oder da ist halt die frage wie wir das machen ne wenn wir hier eine wand ziehen natürlich nicht ich glaube wir ziehen eine wand und dann haben wir natürlich hier wieder das problem dass wir stützen brauchen so so ja und dann müssen wir uns ja hier in die mittellinie halten sonst kommen wir da ja nicht gescheit oben rein aber wie gesagt wir haben ja hier großzügig und genug platz veranschlagt ich baue zwar meistens gefühlt wahrscheinlich die fabrikgebäude oder was ist das fabrikgebäude die konstrukturen und keine ahnung was ja immer noch so aber ich weiß nicht diesen kompakten baustil mag ich halt das sind dort hier das ist noch die die hochschule nach oben ging so da kann man auch einheitlich so 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 dann führen wir uns jetzt hier wieder ein stückchen raus eins eins zwei drei vier ob wir da nicht irgendwie mit in die bedrohliche kommen und eins zwei drei vier sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut und damit lagern wir die auch schon direkt wieder ein so so jetzt muss man halt nur gucken so dann nachher irgendwie hier wieder rum gehen ne machen wir da nochmal hier hinten hin dichter und machen wir hier nochmal dicht na ja 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 Und wenn das heißt, dann gehen wir irgendwo am Ende hier hoch, wa? Welcher ist denn das? Ist das der hier? Das Band, ne? Ich weiß noch nicht, ob das wirklich hier vorhat so funktioniert. Wahrscheinlich nicht, aber wir probieren es mal aus, ne? Wir probieren es mal einfach aus. Das heißt, wir gehen dann hier mit dem Schnurbelband-Förderband So, hier raus. Ja, komm, 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 komm. Bin mir ja nicht sicher, aber der Abstand ist doch gleich, oder? Ja, na, sieht gut aus. Das sollte passen. Hier müssen wir dann auf jeden Fall... ...gefühlt... ...doch keinen mehr. Das passt doch. Das ist doch gut. Das ist doch okay. Das ist mehr als okay. Hervorragend ist das. Mehr als hervorragend. So, würde ich sagen, dann checken wir jetzt nochmal eben einmal hier oben kurz gegen, was jetzt hier so transportmäßig von weg geht. Dass wir vielleicht schon mal einen groben Überblick haben, woran das hier scheitern könnte. Gut, der ist halt pickepacke voll. 71 Gegenstände. Ja, hier macht er nur 7 Gegenstände, ne? Ich würde behaupten, das lag da dran, dass hier zu wenig waren. 273 und 239. Das ist eigentlich genug, sag ich mal. Das ist eigentlich genug. Aber die sind zu wenig. Das müssten 10 sein. Das müssten 10 sein. Ja, und ich schätze mal hier, die Gegenseite ist wahrscheinlich voll. Weil das Stickstoff da hinten nicht vernünftig anläuft. Ah, ist doch herrlich, wenn so nach und nach diese ganzen... Provisorien verschwinden. Ah, doch was. Und wir machen hier einfach zwei Ecktüren rein. Dann kann man entscheiden, wo man rein und draus geht, ne? Und dann sollte das passen. Ah, Wände. Na, so. Ja, Leute, dann würde ich sagen, was ist das? Kühlkörper. Was machen wir jetzt hier eigentlich pro Minute? 7,5 x 12. 7,5 x 12. 90 Stück. Oh, das ist doch mehr als ausreichend für das Atomkraftwerk. Und dann, äh... Lass ich das nochmal einen kleinen Moment laufen. Und dann schaue ich mal, ob sich das da hinten jetzt stabilisiert oder nicht, ne? Moment, ich weiß ja gar nicht... Ich bin mir gar nicht sicher, wie schnell sich das hier aktualisiert. 93 pro Minute, okay. Das sollte jetzt mehr als genug sein. Wird ja irgendwann eh volllaufen. Höher komme ich nicht. Na ja, gut, Leute. Wie gesagt, das wird es erstmal gewesen sein für heute, ne? Im Community Talk könnt ihr immer noch, äh, was reinschreiben, wenn ihr wollt. Könnt auch gerne die Kommentare reinschreiben, wenn euch irgendwas auffällt, irgendwas angepasst werden muss oder so. Wird mich freuen. Feedback ist immer cool. Und dann würde ich euch entlassen und sagen, bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.